So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde BVZ GW1 und zwar Gärten und Friedhöfe, heute mal wieder über PC. Yandale, yandale, komm mal her, Plumpsklob, Zombie, Arriba, Arriba. Stirbt er, stirbt er nicht, ja, endlich mal. Ach, Kacke. So, mal alle muten. Yandale, yandale, Arriba. So, platziere ich mal schnell ne Bambuswumme. Uuh, scheiße, die kriegen nicht, ja. Bok-du-ta-tundra. Da bist du halt die Basiserober. Gar nicht gut. So, äh, Bambuswumme, Bambuswumme. Bambuswumme. Und... Ne, nicht tanzen, komm. Unheilspins. Lalalala. Da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Pfefffing mal 2. Jetzt ist es mit euch vorbei, oder? Komm her, bleib mal stehen. Was springst du da so rum wie ein Känguru? Ah, hab ich dich. Komm, lad mal nach. Hey, langsam Elektriker. Mann. Ips, 4 Pro. So, 3 Minuten 50 noch. Ah, hinter mir anschleifen gilt das nicht. Ich hab erst 3 Kins. Nicht gut. Gut, ich war auch nicht von Anfang an dabei, außer wundert euch mal nicht. Hm, da werden die hinten ein paar Topfpflanzen platziert haben. Oder nicht? Schau mal lieber nach. Nee, da haben sie noch nichts. Da platziere ich mal ein Unheilspilz. Hier mal eine Laserzone. Oh, da kommt ein Fast-Zombie. Beziehungsweise Piraten-Zombie. Ich sag dazu immer Fast-Zombie. Das klingt irgendwie logischer als ein Piraten-Zombie. Hey, langsam down. Boah, ich bin wieder mal schwach unterwegs. Jetzt 33 Leben nur mehr. Nee. So, 3 Minuten 29 noch. Weih. Hey. Wir haben die ganze Angst hier. Wir haben die ganzen Angst zu zacken. Wir haben das auch schon zusammengefallen. Wir haben das schon gehalten. Wir haben das auch schon gehalten. Das ist ein Jahr im Griff zu schnackern. Das sind keine Angst zu ziehen. Und das ist die erste Charaktion. so kommt mal her ramba zamba wo ist er denn ach komm du da tundra ja hat wird schnapp nach mal platz komm mal her plumpsklozombie so ich glaube wir müssen mal schnell rauf gehen schaut ganz an der haus ob die zombies da beim obern sind schon nein wir sind platzierten da die einfachen pflanzen das bringt es ja nicht so schnell rein respawnen und weiter geht's für den fußsoldaten haben sie schon platziere ich mal da eine chili bombe rüber natürlich wurde der vorher schon abgeknallt scheiße so bambuswurme noch mal eine bambuswurme hulp genzendret komischer nicknamen aber was will man machen das seid ihr ja eh schon gewohnt dass da so komische nicknamen dabei sind machen wir ingenieur da weg da mit dir herzombelino 17 16 15 14 13 12 komm schnell countdown muss schneller sein 3 2 1 nee nicht extra zeit jetzt gibt er denen wieder mal extrem viel extra zeit das ist noch schaffen den garten zu erobern oder meistens passiert es ja haben sie mal ausnahmsweise nicht genügend extra zeit gekriegt normalerweise ist eben das das problem also 6.605 münzen wieder mal also gerald hat 20 8 6 7 6 hat 20 zelsk hat 11 benjamin hat 5 ich hab 8 julietta hat 10 9 work to dundra 22 fult gens gessendret hat 23 roy esser hat 12 lups 8 disbar simpson 7 armbrustmacher 9 und ips 4 büro hat 9 so leute wenn es euch gefallen hat ja dann wisst ihr ja was ihr machen sollt und schaltet das nächste mal wieder ein und wenn ihr wollt spiel ja auch über playstation 4 könnt ihr auch da mal reinschalten bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss